Ab 6.10.1848 war was los in Wien Es war Revolution und die meisten gingen ihm Und sie zogen schmierbewaffnet marodierend durch die Stadt Eine Szene, die das Schöne wie nicht oft gesehen hat Doch die Leute suchten damals nicht nach Abenteuern nur Nein, sie hatten einen Feind, das war der Theodor Latour Seines Zeichens Kriegsminister und extrem reaktionär Und beim Volk echt nicht sonderlich beliebt Und die Leute schrien, die heute kritzen, wollen wir nimmer mehr Wir waren drei, wann uns die Murk nimmer gibt Und sie trafen sich am Hof beim Kriegsministerium Da stand all den wilder Bund gemischter Haufen ummerdumm Ein paar Tischleien, ein paar Gärtner, ein paar Pompon wie Nebara Von der Uni und der Eisenbahn waren noch sehr viele da Weil Studenten waren damals noch politisch interessiert Und die Arbeiter im Gegensatz zu heute organisiert Und sie schimpften und sie drohen und sie traten gegen's Tor Und sie schrien, bringt's ein Maus in diesen Kreis Und die Wachen hielten sie dann die Gewehre Er vor dem Latour, dem ging schon ordentlich der Reis Und das Volk, es war schon bald in den Ministerien drin So charmant und überzeugend sind die Menschen nur in Wien Sie entwachtleten die Wachen oder führten sie hinaus Ein paar Soldaten traben rüber oder gingen gleich nach Haus Und ein paar Reichsterns deputierte, versuchten zu kalmieren Doch auch ein Rücktrittsangebot wollten die Leute nicht akzeptieren Und der alte Kriegsminister war am Dachboden versteckt Ja, er war sogar verkehrt, doch vergebens Er sprach den Mordwüst an den Mob mit meinen lieben Kindern an Das waren schon fast die letzten Worte seines Lebens Den Kopf hatten sie den Alten auf die Straße rausgefühlt Hat doch schon der erste Säbelschlags mit Schädel taktischiert Und sie droschten ihn mit Hämmern und mit Eisenstangen noch Bayonette und noch Spieße stießen sie in seinen Bauch Schon nach wenigen Momenten war alles voller Blut Doch die Meute war noch immer nicht erlöst von ihrer Wut Und sie schluten und sie peitschen und sie maltretierten ihn Für jede Grausamkeit gab es Applaus Und sie knüpften ihn mit Rebschnüren ans Fenster hin Aber leider halten Rebschnüre nix aus Der Natur, der fiel hinunter auf den harten Pflasterstein Und schien den Umständen zum Trost noch immer nicht ganz tot zu sein Also ging es Mutter weiter mit Immatyrium Ein paar Frauen stapften kreischend auf dem Sterbenden herum Ja, die Leute haben dem alten Kriegsminister nix geschenkt Dann haben die Lächeln einer Gussleisenlaterne aufgehängt Und da hing er und sie schossen mit Gewehren auf ihn Als könnte man ihm so alles vergelten Und sie jubelten und lachten und sie tazten und sie schweben So leidenschaftlich sind die Wiener selten Später gingen sie ins Wirtshaus auf einen Freugenschmaus Davor rissen sie noch diverse Körperteile aus Auch die Fetzen seiner Kleidung dienten ihnen als Trophäen Man konnte später noch die Leute da mit Handel treiben sehen In diese Taten waren Menschen aller Schichten involviert Und auch Frauen waren an diesem Tag vortrefflich integriert Doch die Revolution war bald im Kärm erstieg Und es herrschen wieder Ordnung und Gesetz Ja, wieder einmal hat die Reaktion gesiegt Aber immerhin Rosa Hetz Hetz Hetz